Ja hallo, ich habe heute einen ganz tollen Tipp wieder für euch. Ihr kennt ja die Situation bestimmt, euch ist nicht immer zum Lachen. Da gibt es eine ganz tolle Übung und zwar wirf dir einfach dein Lachen selbst ins Gesicht. Es geht einfach so, du nimmst die Hand und mach es einfach. Und wenn dir jetzt noch jemand begegnet, der auch kein Lachen im Gesicht hat, dann machst du einfach und wirfst ihm auch ein Lachen ins Gesicht. Viel Erfolg dabei und immer positiv bleiben. Ciao, ciao.